Heute stelle ich wieder zwei spezielle Brettspiele für euch vor. Das ist zum einen ein Brettspiel-Geheimtipp, also ein Brettspiel, das sicherlich nicht jeder kennt. Und zum anderen eine Brettspiel-Kuriosität, ein sehr besonderes und ungewöhnliches Brettspiel, das auf jeden Fall spannend ist. Los geht es mit meinem Brettspiel-Geheimtipp. Das ist also ein Brettspiel, was ich sehr interessant finde und sehr spielenswert finde, was aber aus verschiedenen Gründen ja doch etwas untergegangen ist und auf jeden Fall in meinen Augen ein Geheimtipp ist. Und das ist heute Cowboy Bebop Space Serenade, ein Spiel, was 2019 bei Don Panic Games beziehungsweise die englische Version bei Japan Games erschienen ist. Das Spiel gibt es auch auf Französisch und Russisch noch zu der englischen Sprache. Und die Autoren sind Johann Benvenuto und Florian Siriex. Der Künstler ist leider nicht angegeben, aber ich kenne mal, das liegt daran, dass Illustrationen aus dem Original-Manga beziehungsweise aus der Original-Anime-Serie übernommen wurden. Die Spielerzahl ist 1 bis 4, ist also auch solospielbar. Eine Partie dauert zwischen 30 und 90 Minuten. Und als Andersangabe wird ab 14 angegeben, wobei das wahrscheinlich eher so thematisch bedingt ist, nicht unbedingt mechanisch. Die BGG-Schwierigkeit wird mit 2,36 von 5 angegeben, ist also ein Kennerspiel, würde ich sagen. Und der BGG-Rang liegt aktuell bei 3.324, ist also relativ weit unten. Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele, die deutlich weiter unten sind, aber das ist jetzt nicht gerade ein Spiel, was in aller Munde ist. Die BGG-Bewertung liegt allerdings bei guten 7,4 von 10, was schon wirklich gut ist. Ja, Cowboy Bebop Space Serenade ist ein Brettspiel, was relevant und interessant ist. Ja, und da gibt es ja auch dann vor längerer Zeit eine Anime-Serie mit insgesamt 26 Folgen, einer Staffel, die sehr gut aufgenommen wurde, die ich auch sehr gut finde. Und darauf basiert dieses Brettspiel. Es handelt sich um ein Deckbauspiel, das heißt, wir starten mit einer Kartenhand und können uns dann später neue Karten in unser Deck holen, mit denen wir dann halt stärkere und bessere Aktionen spielen können. Jeder Spieler und jede Spielerin am Tisch spielt ein Mitglied der Crew von Cowboy Bebop und wir sind Kopfgeldjäger, die von Planet zu Planet reisen mit ihrem Raumschiff und natürlich dort Kriminelle jagen und versuchen, ja hier in dem Spiel jeweils das meiste Ansehen zu gewinnen. Also der berühmteste Kopfgeldjäger zu werden. Wie gesagt, dafür reisen wir von Planet zu Planet. Wir müssen dafür Treibstoff ausgeben. Wir versuchen natürlich, Belohnungen zu bekommen, wenn wir Kriminelle fangen. Dafür sind oft Kämpfe auch gegen die Kriminellen notwendig, die man auch verlieren kann. Es gibt aber zum Beispiel die Möglichkeit, sogenannte Clues, Punkte zu bekommen, um Kriminelle einfacher zu fangen, sie zu überraschen und damit eben einfacher diese Belohnung dann auch einzusacken. Und so machen wir das halt, bis wir dann an einem Endkampf dann gegen Vicious antreten, einem Charakter, der auch aus dem Anime bekannt ist, der sozusagen der Endgegner hier ist. Und so versuchen wir halt als Spieler, dieses Spiel zu gewinnen. Wir können auch unsere eigenen Spezialfähigkeiten einsetzen und natürlich dann unsere Kartenhand ausspielen, die dann mit der Zeit auch stärker wird. Bei bestimmten Aktionen müssen wir dagegen auch Damage-Cards ziehen. Das sind Karten, die halt einfach negative Effekte auf die Spieler haben. Insgesamt sind in dem Spiel mehr als 200, knapp 200 Karten, etwas unter 200 Karten dabei aus den verschiedensten Decks. Und das ist schon eine große Auswahl und die sind halt alle sehr, ja, Comic-mäßig, sehr Anime-mäßig gestaltet. Das sieht also wirklich schon sehr, sehr schön aus. Und wer die Anime-Serie kennt, der wird sich auf jeden Fall hier sehr wohl fühlen. Was auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass das Spiel auch solo spielbar ist und das funktioniert auch gut. Die Solo-Regeln sind auch nicht sehr umfangreich. Auf der letzten Seite der Anleitung ist dazu ein Abschnitt drauf. Das ist also wirklich relativ einfach machbar. Warum gefällt mir Cowboy Bebop Space Serenade, dass ich es hier als Geheimtipp empfehle? Also es ist auf jeden Fall erstmal eine tolle Anime-Serie und auch für mich eine wirklich gut gemachte Netflix-Serie und einfach ein cooles Thema. Also ich finde das wirklich, ich finde solche ausgefallenen Themen, die einfach mal was anderes machen, wirklich toll. Und Kopfgeldjäger im Weltraum ist halt auch nichts, was man schon so oft gehabt hat. Zumindest auch als zentraler Angelpunkt einer Serie oder eines Spiels. Von daher finde ich einfach das Thema ziemlich cool. Ich finde die optische Umsetzung sehr schön, was hier halt relativ einfach war, weil man eben die Vorlagen aus der Anime-Serie genommen hat. Das Spiel hat natürlich ein etwas dickeres Regelheft. Es ist halt ein Kennerspiel. Trotzdem sind die Regeln eigentlich relativ einfach. Das Spiel ist zwar auf Englisch, aber man kommt da gut rein. Sollte aber natürlich das Englische mächtig sein, da auf den Karten natürlich auch englischer Text draufsteht. Und es ist aber wirklich ein interessantes Spiel. Es ist schön gemacht. Es ist spannend, dort mit dem Raumschiff zu fliegen, auf Planeten nach Kriminellen zu jagen und andere Aktionen zu nutzen. Das ist wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, es funktioniert auch Solo sehr gut. Also es ist einfach ein spezielles Spiel und ein spezielles Spiel, was mir dann halt auch deswegen unter anderem sehr gefällt. Und warum ist es ein Geheimtipp? Ja, zum einen ist es eben nur auf Englisch und noch Französisch und Russisch verfügbar. Das heißt, es ist nicht auf Deutsch verfügbar und damit natürlich schon ein Spiel, was nicht so viele deutschsprachige Spielerinnen und Spieler sicherlich kennen. Dazu noch das Thema, was natürlich auch ein bisschen nischig ist, sage ich mal. Ja, jetzt die Netflix-Serie macht das sicherlich ein bisschen bekannter. Aber vorher war es dann auch nicht so weit verbreitet, die Serie Cowboy Bebop. Und natürlich, wenn man sich die Position und die Anzahl der Besitzer bei Board Game Geek anschaut, knapp 1500 haben es in der Sammlung. Das ist wirklich wenig. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man das Spiel Cowboy Bebop Space Serenade schon als Brettspiel-Geheimtipp bezeichnen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man es bekommen kann. Und da muss man sagen, aktuell ist das nicht ganz so einfach. Also gerade deutsche Online-Shops konnte ich da nicht finden, die das Spiel führen. Beim von mir auch sehr oft genutzten Online-Shop Philly Bear ist es aktuell nicht verfügbar, zumindest nicht auf Englisch. Aber da ist natürlich schon eine Möglichkeit, das durchaus mal wieder zu bekommen. Auf Amazon Co. UK, also der Amazon-Shop aus Großbritannien, gibt es das Spiel aktuell für rund 55 Euro. Wahrscheinlich kommen noch Versandkosten hinzu. Aber man kann auch mal auf die Homepage von Japanese Games schauen, denn dort im Shop ist das Spiel zumindest auch als lieferbar gekennzeichnet. Ich verlinke natürlich hier auch diesen Link zur Homepage des Verlages in den Shownotes. Und dann könnt ihr dort mal nachschauen, ob ihr es vielleicht von dort bestellt. Es gibt übrigens noch ein anderes Spiel rund um Cowboy Bebop. Und das nennt sich Cowboy Bebop Board Game Boogie. Und das habe ich noch nicht gespielt. Sieht auch nicht uninteressant aus. Hat auch diese Anime-Grafik. Sieht auch mit manchen Sachen wirklich ähnlich aus. Hat halt viele Karten dabei. Ich konnte es aber noch nicht spielen. Soll auch nach der Bewertung von Board Game Geek auch nicht so gut sein, wie Cowboy Bebop Space Serenade. Also wenn ihr jetzt aktuell ein Spiel sucht und das ich vorgestellt habe, ist halt dieses Space Serenade-Spiel. Und ja, ich werde aber mal bei Gelegenheit dieses andere Cowboy Bebop-Spiel versuchen zu spielen und dann euch auch darüber berichten. Und dann habe ich natürlich noch eine Brettspiel-Kuriosität für euch. Das sind einfach Spiele, die einfach sehr ungewöhnlich sind, einzigartig sind, die es einfach so in der Form wahrscheinlich nicht nochmal gibt. Die besondere Spielmaterialien haben, eine besondere Spielidee, eine besondere Mechanik. Optik oder was auch immer. Und hier bei dem Spiel, was ich heute vorstelle, da treffen gleich mehrere dieser Punkte zu. Denn ich weiß nicht, ob es noch so ein Spiel in dieser Art gibt, aber auch die Optik und die ganze Mechanik ist sicherlich relativ einzigartig. Und das nennt sich Nyctophobia. Das ist ein Spiel, welches 2018 bei Pandasaurus Games erschienen ist und auch über Asmodee in Deutschland erhältlich ist. Autorin ist Catherine Stippel und Künstler Peter Walken. Drei bis fünf Spieler können Nyctophobia spielen. Eine Partie dauert 30 bis 45 Minuten. Als Alter wird ab neun Jahren angegeben, wobei das Thema hier eben auch ein bisschen kritisch ist, aber da hat man sich nicht so mit dem Altersangabe. Und die BGG-Schwierigkeitsgrad wird mit 1,75 von 5 angegeben. Ist also ein Familienspiel, würde ich schon sagen. Der Boardgame-Geek-Rang ist die Position aktuell 6342. Also auch relativ weit unten. Die BGG-Bewertung liegt bei 6,2. Komme ich gleich sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Das ist jetzt eine etwas niedrige Bewertung. Und immerhin 2690 BGG-Nutzer haben es in ihrer Sammlung. Ja, Nyctophobia oder auf Deutsch Nyctophobia wird auch Akulophobie genannt. Und das ist die phobische Störung vor übersteigerter Angst vor Dunkelheit. Oder die phobische Störung mit übersteigerter Angst vor Dunkelheit. Also einfach eine sehr starke Angst vor Dunkelheit. Und das trifft eigentlich das Spielprinzip sehr gut. Denn die Autoren oder die Autorinnen, und es waren wahrscheinlich auch noch mehrere noch beteiligt, da habe ich zumindest mal gelesen, dass es wohl ein blindes Familienmitglied war, das einfach auch gerne Brettspiele spielt. Und dass man sich hier einfach überlegt hat bei den Autoren, ja, wie man diese Person hier besser einbinden kann, sodass sie halt keinen Nachteil hat. Denn ja, bei normalen Brettspielen, wenn man da die Spielmaterialien nicht sieht, ist das schon durchaus nicht so einfach und teilweise eben auch nicht möglich, damit zu spielen. Also hat man sich hier entschieden, dass der Tastsinn das hauptsächliche Merkmal ist, mit dem man dieses Spiel spielt. Und dass man das Sehen quasi ausschaltet. Und das hat man halt thematisch einfach so umgesetzt, dass man hier ein Team-Based Game hat. Das heißt, wir haben einen Spielmeister oder einen Spielleiter und wir haben die anderen Spielerinnen und Spieler. Und die anderen Spielerinnen und Spieler spielen zusammen und sind in einem dunklen Wald und müssen versuchen, aus diesem Wald zu fliehen, ohne ermordet zu werden und zum Auto zu kommen, wo sie dann Hilfe rufen können, um dann quasi zu entfliehen. Und um das umzusetzen, dieses Prinzip, gibt es in dem Spiel solche schwarzen Sonnenbrillen. Die sind aber nicht, kann man nicht durchschauen, sondern die sind wirklich schwarz. Das heißt, wenn man diese aufsetzt, sieht man nichts mehr. Und das ist der Witz dabei. Außer dem Spielleiter setzen halt alle anderen Spielerinnen und Spieler so eine Brille auf. Dann baut der Spielleiter oder Spielleiterin das Spielfeld auf. Das ist so ein Plastikspielfeld. Sieht ein bisschen aus wie so ein Steckspiel für Kinder, wo man halt so Waldstücke reinstecken kann und auch die Spielfiguren und das Auto wird reingelegt, sodass man halt oder dass der Spielleiter quasi das Spielfeld erst mal aufbaut, ohne dass in dem Moment die anderen sehen, was er aufbaut. Ja, und dann geht es daran, dass jemals, wenn die Spielerinnen am Zug sind, der Spielleiter entsprechend die Person erst mal zu ihrer Figur führt, weil man sieht ja auch nicht, wo die eigentliche Figur ist. Man wird dann sozusagen ein bisschen hingeführt von dem Spielleiter und dann muss halt die Spielerinnen oder Spieler muss dann ertasten, was denn um sie herum dort ist. Und das sind, wie gesagt, leere Felder. Das sind Sachen irgendwann das Auto, was natürlich das Ziel ist, aber eben auch Waldstückchen. Und wir können uns halt dann mit unserem Charakter dann immer nur über die entsprechenden Felder bewegen. Man kann dann entweder die Wahl, sich zwei Felder zu bewegen oder auch einen Stein zu werfen, um eben den Axtmörder oder die böse Magierin, das sind so zwei Gegner im Spiel, quasi abzuwehren. Und was hier halt sehr wichtig ist bei dem Spiel, man muss natürlich auch durchaus beschreiben, was man fühlt. Das heißt, wo man auf dem Spielfeld ist, das kann man ja auch durchaus erfüllen, ob man am Rand ist, was man fühlt, ob man irgendwas gefunden hat oder wie auch immer, um den anderen auch ein bisschen Hinweis zu geben, wo man ist, was man sieht, in Anführungsstrichen, was man fühlt. Und damit die anderen auch wissen, wo sie das einordnen können, wo sie vielleicht was suchen sollen und so weiter. Also man fühlt hier quasi nur, wie das Spielfeld aussieht, was man machen kann. Und man beschreibt den anderen, was man selber fühlt. Und so versuchen halt alle, sich ein gemeinsames Bild zu machen, um eben das Auto zu finden und das Spiel damit zu überleben. Ja, und das ist eben, wie gesagt, thematisch ist man hier im dunklen Wald. Und das ist ganz gut gemacht, denn man muss sagen, durch diese Dunkelheit, die jeder hat und nur durch das Vorantasten, ja, das fühlt sich schon so an, als würde man in einem, ja, man fühlt sich nicht wie im Wald, aber das ist natürlich das ganze Gefühl, was man da hat, kommen sehr gut rüber. Der Spielleiter, der kann dann auch Aktionskarten spielen und jagt die Charaktere eben. Und je nachdem, ob die halt alle sterben oder das rettende Auto erreichen, geht das Spiel halt dann siegreich für die eine oder andere Seite aus. Was halte ich von Nyctophobia? Ich finde es erstmal eine tolle Idee. Ich konnte es auch mal probespielen vor längerer Zeit. und ich finde es halt grundsätzlich eine tolle Idee, um eben in dem Fall blinde Menschen mit ins Spiel zu holen und mit in ein Brettspiel zu holen und auf einer gleichen Ebene spielen zu können, sodass sie halt nicht einen Nachteil irgendwie haben, sondern dass man eigentlich auf der gesamten, auf der gleichen Ebene quasi agieren kann, wobei man hier vielleicht noch argumentieren könnte, dass blinde Menschen sich sogar besser noch zurechtfinden, weil sie es halt eher gewohnt sind, nur durch Tasten zum Beispiel Dinge zu erkunden. Aber auf jeden Fall kann man hier auf einer relativ gleichen Ebene spielen. Das finde ich sehr schön. Und ich finde es halt generell auch eigentlich eine ganz witzige Idee, denn selbst wenn man nicht mit blinden Menschen spielt, sondern einfach alle, die dabei sind, setzen sich halt so eine Brille auf, bis auf den Spielleiter, ist es halt wirklich eine interessante Erfahrung und da entsteht eine besondere Atmosphäre am Spieltisch. Denn der Spielleiter wird auch direkt angehalten, so ein bisschen auf Grusel zu machen, indem er einfach mal irgendwen berührt an der Schulter oder irgendwas mit seiner Stimme macht oder irgendwie ankündigt, dass er gleich wen töten wird oder so einfach mal ein bisschen die Stimmung quasi steigert. Und deswegen entsteht am Spieltisch hier so ein bisschen eine gruselige Stimmung. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Denn ich bin jetzt niemand, der direkt Nykdrophobie hat, aber ich fühle mich jetzt im Dunkeln jetzt auch weniger wohl als im Hellen, muss ich sagen. Und gerade wenn man da etwas länger an so einem Spieltisch sitzt, und wir reden ja von bis zu einer Dreiviertelstunde hier, dass man nichts sieht, das ist schon mal was anderes, als an einem normalen Brettspiel zu sitzen. Und es ist auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis, das ich sehr spannend fand. Wobei ich dann aber auch sagen muss, auf Dauer ist es jetzt nicht unbedingt was für mich. Also das ist schon ein sehr spezielles Spiel. Das muss man schon wollen. Hier steht wirklich das Erlebnis, das gemeinsame, aber auch das persönliche Erlebnis im Vordergrund. Und weniger jetzt der Antrieb, ich möchte das jetzt gewinnen oder das ist jetzt ein Spiel, wo ich besser werde, sondern das ist wirklich eher so eine Erlebnisgeschichte, aber die ist gut gemacht. Und warum ist es in meinen Augen eine Brettspiel-Kuriosität? Ich glaube, das hat sich schon erschlossen, jetzt wo ich das Spiel erklärt habe. Ich weiß nicht, ob ich noch andere Spiele kenne, wo es wirklich komplett um den Tastsinn geht, wo alle Spieler, gut, hier sind es jetzt nicht alle, aber alle bis auf einen, wirklich die ganze Zeit nichts sehen und wo es halt wirklich auch thematisch, was ich ja sehr spannend finde, sind ja umgesetzt, eben im Dunkeln sich zurechtzufinden. Und das Spielmaterial ist stabil, das sieht nicht schön aus, muss es aber auch nicht, denn die allermeisten Spielerinnen und Spieler sehen es ja nicht beim Spielen. Und es ist aber extra dafür auch ausgelegt, dass man es ertasten kann. Es ist relativ stabil und man kann auch relativ klar ertasten, was man da in den Fingern hat. und es ist einfach wirklich eine Kuriosität von ihrer Art her. Man könnte sich natürlich wirklich wünschen, dass vielleicht noch mehr Spiele wirklich auch für blinde Menschen designt werden, die halt wirklich auf diesen Tastsinn setzen, vielleicht auch auf Geräusche. Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch in letzter Zeit das eine oder andere Spiel, was wirklich mit Geräuschen, mit Sounds etc. arbeitet, das natürlich auch in die Richtung geht. Aber hier so in der Form kenne ich das nicht und von daher in meinen Augen eine Kuriosität, wobei ich sagen muss, auch das hässliche Cover, das vielleicht nicht unbedingt hilft, das Spiel irgendwie weiter noch stärker zu verkaufen, muss ich, also zumindest als Geschmackssache, muss ich sagen, finde es nicht toll. Ist auch ein bisschen eine Kuriosität, aber ja, insgesamt wirklich ein interessantes Spiel, was man, wenn man da Lust drauf hat und wenn man sich da jetzt angesprochen fühlt, könnt ihr euch auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und es ist auch nicht schwer zu bekommen. Ich habe mal geschaut, es gibt es in diversen Online-Shops, in speziellen Spiele-Online-Shops, aber auch in generellen Online-Shops und größeren Versandhändlern gibt es das Spiel aktuell zu kaufen auf Deutsch und auch in lokalen Spiele-Läden würde es sicherlich das Spiel an vielen Stellen geben. Das war es wieder mit meinem Geheimtipp und meiner Brettspiel-Kuriosität. Ja, mich würde sehr interessieren, was ihr von den Spielen haltet, ob ihr die kennt oder welche anderen Geheimtipps und Kuriositäten ihr vielleicht so habt. Hinterlasst gerne einen Kommentar.